Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Ozone 2, Kappa Mode. So, wir sind heute wieder alleine da. Ja, ihr müsst euch leider wieder mit mir alleine aushalten. So, zwei Sachen. Erstens, ich hab die Mining-Welt jetzt mal resetten nach dem letzten Chaos. Bin nach in den Aufräumarbeiten hier. Kurzhin vorhin, wir sind bald durch mit den Seeds, das sind ja immer viele. Hier, die gehören auch gar nicht rein. Tschüss. Hier so ein kleines Ergebnis, was da schon alles fertig ist. Also, ich muss sagen, die Farming Station ist super. Ich kann nur sagen, die ist richtig geil. So, zweites Thema. Es gibt einen kleinen Bug hier. Und zwar, wenn man jetzt hier die Questbücher. schon mal angefangen hat. Und dann eine Party erfindet. So wie wir hier. Werden die ganzen Quests von vorne gemacht. Deswegen werden hier die Quests auch nochmal gerade neu angezeigt. Die hier hat der Nighty heute noch gemacht. Wir sehen ja jetzt hier, was fertig ist und was nicht. Ich werde aber nochmal gucken, dass ich die nochmal hier auflöse und die Rewards dann wegschmeiße. Und was ich nicht gezeigt habe, wir haben ja hier vom N-Line Overlord, haben wir ja besiegt, haben wir hier eine Luchess bekommen. Habe ich aufgemacht. Außerhalb der Aufnahme. Wir haben das Epiolatry Singularity Sword bekommen. Mann, das ärgert mich so sehr. Da habe ich auch nicht geblickt in dem Moment. Weiß nicht, ich mache den Reward back auf. Alles klar, weg. Sondern ich bin dann so schön hier am Aufräumen. Hier so die, hier die Drohne am Leermachen. Das kann weg, das kann weg. Und dann, Moment mal, wo kommt das her? Ja, wer sich kennt, das Epiolatry Singularity Sword hat Soulbound. Knockback Level 50. Looting 50. XP Boost 5. Reaper 20. Plus 11 Max Health. Also wir kriegen 5,5 Herzen dazu. Plus 9,2 Speed. 999 Attack Damage. Plus 4 Knockback Resistance. Und ist unbreakable. An Ergon Reapon Made for the best Magic Tanks. The Recipe for this has been long forgotten. Klar, man kann das hier denken. Das Rezept ist auch da. Hier ist so ein Signal im Tough Road mit zwei Reston Singularities. Man kriegt dieses Bidu-Schwert. Mit diesem Bus kriegt man das wirklich nur über die... Reward Bag. Wir benennen Reward Bag. Und das auch nur mit verdammt viel Glück. Ja, ich würde mal sagen, war schön mit dir, ne? Wir haben ein neues Schwert. So, was habe ich denn jetzt heute vor? Oder generell so in naher Zukunft? Was ich off-screen machen werde? Hier die Seeds werde ich off-screen anpflanzen. Also vorbereiten. Wenn wir uns jetzt mal so die Quests anschauen. Wir könnten jetzt hier die Quests weitermachen, aber da wir davon nicht wirklich viel gebrauchen können momentan. Würde ich behaupten, wir machen das so. Wenn wir mal Zeit haben oder generell nichts mehr zu tun haben, können wir hier die Quests mal ausschalten. Hier könnten wir jetzt generell mit Botania weitermachen. Das ist eine Option. Oder hier den Master Infusion Stone. Kommen wir gleich zu. Hier, ja gut, das sind auch eher so ein paar Zulückenflugfest, wobei ich hier das Pseudo und Version Sigil, das würde ich gerne noch machen. Wir könnten jetzt hier die ersten Maschinen machen, was eine Option ist. Wir könnten gucken, dass wir in Richtung Mechanism gehen. Hier noch ein bisschen Spaß machen mit Mind Factory Reloaded. Oder dann mal hier, ja, den Azam, wobei ich den jetzt wirklich mag. Ich würde sagen, damit wir das hier mit dem, die Magical Crops richtig vorbereiten können, schauen wir uns doch einmal an, was wir für den Master Infusion Stone brauchen. So, der Master Infusion Stone, Infuse is all. Also, wir brauchen einen Nether Star, haben wir. Block of Mana Steel, haben wir. Block of Terra Steel, haben wir. Block of Elementium, ist ein Block of Terra Steel im Elfenportal, können wir machen. Block of Mana Diamond, können wir machen. Dragonstone, ist ein Block of Mana Diamond im Elfenportal, können wir auch machen. Massivisio Block, ist nervig, können wir aber machen. Mana Perle, können wir machen. Compressed Gaia, jetzt wird's eklig. Wir müssen, wenn ich das richtig im Kopf habe, neun Gaia Spills, also Gaia Gans besiegen. So, die Block of Terra Steel habe ich vorbereitet. Wir brauchen eins, zwei, drei und so gesehen vier. Wir haben da noch eine Reserve. Ich würde sagen, wir gucken dann mal. Habe ich hier mein, wo habe ich das denn? Ach komm, machen wir uns einfach gerade ein neues. Nehmen wir uns hier ein Zeppling und ein Buch. Ich habe kein Buch mehr. Wie, ich habe jetzt kein Buch mehr. Ach komm, dann machen wir hier. Machen wir uns einfach ein neues. Wir brauchen nämlich mal gerade ein Nexica Botania. So, ich weiß, dass das Rezept nicht ganz korrekt ist, was hier drin steht. Was ich jetzt aber suche. Facing my Shinix. Nexica Botania. Generating Networks. Nebo. Alphomancy, das hier. The portal to Alphime. Visualisen wir einmal kurz. So. Also, hier sehen wir, was wir brauchen. Zwei Mana Pools. Und diese Pylonen. Schauen wir uns doch mal an, was das ist. Natura Pylon. Ein mit Terrasil Nugget und alles gar kein Thema. So, dann brauchen wir einmal Mana Steel. Dann haben wir ja hier noch ein paar Steel Barren über. Und warte, wir brauchen noch Mana Diamonds. Genau. So. Komm, nehmen wir mal hier den Expressway. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dann brauchen wir vier Gold. Und wir können schon mal die Mana Pilonen machen. Zack, 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 zack. Haben wir. Äh, okay. Dann können wir hier ein bisschen Living Wood platzieren. Eins, zwei. Flup, flup. Flup, flup. So. Dann muss jetzt, ähm, gebe ich mal die Axt. Das weg. Machen wir mal ganz kurz so. Das kann weg. 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 So, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Mana Pools. Ähm. Das heißt, im Phlytex, wir brauchen ein Living Stone. Oder Living Rock. Ah, sieht ja nicht so rosig aus. Hab ich hier noch? Nö. Da können wir gleich mal gucken, dass wir den vielleicht mal upgraden. Auf den Hellfurnace. Machen wir doch mal ganz kurz hier. Hellfurnace. Äh, brauchen wir zwei Red Gems. Die haben wir jetzt. Magma Cream, Nether Brick oder Soulcent und Heat Glass. Und zufälligerweise weiß ich, dass der Nighty das hier vorbereitet hat. Jo. Einen Hellfurnace. Machen wir mal ganz kurz so. Tschüss. Zack, zack, zack. Das geht doch schon mal schneller. Alter, das geht richtig, richtig nice. So, dann jetzt mal rüber und den Living Rock vorbereiten. So, das packe ich hier mal rein. Dann brauchen wir zwei Eye of Ender. Eye of Sander. So, zack und zack. Mach' dann hier einen Block auf. Weil wir die Terrasil Nuggets brauchen. Nehmen den hier einmal ganz kurz mit. Weil ich jetzt keinen Bock habe, immer sechs, siebenmal hin und her zu laufen. So, machen wir uns schon mal hier die Natura Pylonen. Und die zwei Mana Pools. Zack und. Zack. Einmal. Zweimal. So, wir brauchen jetzt noch Glimmering Living Wood. Und. Einen. Portal Core. Ne. Wie heißt der nochmal richtig? Core? Gateway Core. Glimmering Living Wood ist einfach Living Wood mit Clawstone. Und ein Elfen Gateray Core ist Living Wood mit Terrasil Nugget. Holen wir uns einmal drei Clawstone Dust. Drei Clawstone Dust. Und dann drei, die restlichen drei Terrasil Nuggets. So, hab ich alles dabei. So, zack und. Zack. Elfen Portal. Quest Complete. So, zack, 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 zack. Structure Complete. Wir könnten jetzt ja mal rechts klicken mit einem Wand, aber. Was ich gerne noch machen würde. Zwei Sparks. Oder. Können wir die machen? Ne, können wir nicht. Ja, komm. Dann machen wir das gerade etwas anders. Einmal. Gut. Das reicht schon. Weil wir haben ja hier immer noch unsere lecker Lotus. Gut, der ist voll. Sehr schön. Hauen wir hier rein. So, ich hab hier eben noch einen Block of Diamond gesehen. Sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt einmal hier unseren Block of Diamond und Elementium. Einmal. Habe ich noch irgendwo ein Lexica Britannia? Lexica. Komm, die Jungs haben so viel Müll hier hingeworfen. Also, ob jetzt hier nirgendwo ein Lexica Britannia ist. Hallo? Ich brauch nur eins. Wirklich. Verdammt. Ja, gut. Dann nochmal drei Papier. Ein Leder und einen Zappling. Zack, zack. So. Und wir haben jetzt hier die Elfengarde freigeschaltet, wodurch wir auch das hier anmachen können. Ritual of Gaia und Gaia 2. So. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir packen jetzt einmal hier unten das Zeugchen für den Master Infusion Stone. So, das haben wir. Block of Mother Steel müssen wir noch machen. Block of, ähm... Was weiß ich noch? Weißt du, wie es hier machen? Compress Gaia. Einen Nether Star. Davon habe ich ja jetzt noch. Dann haben wir nur noch einen. So, den Master Vizier Block kann ich mal machen. Das mach ich auch gleich. Und... Bzw. nach der Folge. Kompresst Gaia. So, schauen wir uns nochmal an, was wir hier verbrauchen. Wir brauchen einen... Beacon. Okay. Das heißt, wir machen jetzt schon mal einen Beacon. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht keine Nether Stars mehr. Okay. Das wird lustig, wenn wir irgendwann neue brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt echt erstmal gucken. Beacon. Ja. Ging doch so, oder? Ah, lol. Perfekt. Wir haben doch den... Wir können den uns doch auch aufheben. Das ist super. Das finde ich richtig, richtig gut. Har... Lumi und Glässe. Das heißt, wir müssen einen Dachshund Smelter machen. Boah, ey. So, manchmal ist der Kappa-Maut echt nervig. Was kosten denn hier diese Smoky-Quad-Slaps? Okay. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Stück Kohle. Weißt du, die Folge ist jetzt gleich schon wieder rum. Was haben wir geschossen bekommen? So gut wie gar nichts. Ja gut, so würde ich das eigentlich nicht ausdrücken. Ich meine, wir haben ein Portal zum Lachhalfheim gemacht. Dann machen wir jetzt mal den Dachshund Smelter. Ich bereite den Beacon und alles vor. Ich zeige mal ganz kurz das Rezept für Natura-Pilu. Ne, Gaia-Pilu. Gaia. So, da verbrauchen wir Pixie Dust und Elementium. Das ist Terrasil wieder. Pixie Dust dürfte eine Mana-Perle sein. Genau. So, dann machen wir jetzt einen Induction Smelter. Dafür brauchen wir 1 Machine Chassis, 4 Glas, 4 Invern, 1 Energetic Alloy Gear. So, ich weiß, dass Nighty das für was anderes vorbereitet hatte, aber nehme ich jetzt gar arschkalt dafür. So, so und so. Äh, mach mal, gerade mal 2. So, Inva. 1, 2. So. Dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich liebe mein neues QED. So. Und jetzt kommt das hier rein. Ja, den Laser müssen wir noch groß ausbauen. Das ist mir schon bewusst. Okay. Inva. Wo habe ich es jetzt hingepackt? Da. Wir brauchen sogar perfekt. 10 Inva. Das ist super. Zack, zack. Und das schimmelt es ja zum Look relativ schnell. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Bucket und ein Reception Call. Äh, Bucket können wir gerade craften. So. 1, 2, 3. Und eine Redstone Reception Call. So, ist der Machine Frame fertig. Oh, da habe ich die Truhe vergessen. So. Induction Smelter. Packen wir hier hin. Machen wir mal so. Ob wir Output nach da oben. So, jetzt brauchen wir Lumium. Dann nehmen wir einfach mal in den Arschkalt hier die... Lumium Essence. Und genau die war es natürlich dabei, oder wie? Ja, super. Habe ich noch Lum... Lumium ist 13, 1 Silber, 4 davon. Das heißt, wir können 3 machen. Ja gut, das passt. Wir brauchen sogar nur einmal das Rezept. Und Obsidian. Moment, wie viel brauchen wir jetzt? 4 Pro. Und wir kriegen aus der Segment. 4. Wollen wir noch 5? 5. 1, 2 und 3. Mach mal. Währenddessen. Mach mal. Oh Junge, dieser Körpermaut kann manchmal echt nervennder Fremd sein. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Boah, das geht ja klar. So, und dann können wir jetzt... Halt. Können wir jetzt gleich den Beacon fertig machen. So, Beacon. Sehr schön. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir dann den Guardian of Gaia fertig. Ich werde das jetzt alles vorbereiten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Was. Das ist, was das ans Ltd. deduction. Wie lange vom Z told. icki. Ob Z told.